Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hub sich davon, ging hin und er hängerte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es taugt, dass wir seien, was wir sind, als wir, als der Land, als der Leben, denn es ist Blutgeld, denn es ist Blutgeld.